Hallo und willkommen zurück zu Vision von der LBS. Und uns begrüßt wieder unser Aufzug. Hi, willst du etwa in den Tower? Kann schon sein, wenn du mich reinlässt. Genau erkannt, kommt jetzt etwa die Fragestunde. Genau erkannt, die richtige Antwort berechtigt zum Einlass. Also los. Von welcher Stadt hat der Raster seinen Nachnamen? Äh, Kingston? Ja genau, warum so zögerlich? Also dann, naja, rein spaziert. Achso, einen Moment noch. Ich brauche noch deinen Namen. Gib doch bitte zunächst deinen Vornamen auf der Tastatur ein. Äh, okay. Hm. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass man hier nicht das Lademenü aufrufen kann. Äh, ja, alles korrekt. Blablabla. Mhm. Nicht nötig, habe ich schon getestet. Funktioniert alles einwandfrei. Willst du deinen letzten Versuch weitermachen oder willst du deinen Neustart? Ah ja. Mach weiter. Und zu welcher letzten Position willst du denn? In den Gang. Okay, ich starte den Dimensionssprung. Äh, aha. Okay. Wir waren hier... Genau. Im, äh... Ach, hier haben wir ein Treppenhaus. In unserer Hütte. Und... Na, wir waren aber doch... Ah, doch. Sechs Uhr morgens haben wir. Oh, damit kann man auch die Zeit vorspulen, wie man sehen kann. Oh, man kann es aber auch wieder zurücksetzen mit der rechten Maustaste. Aha. Äh... Hey, du. Algenburger, Lollis, frische Sushis. Algenburger, bitte. Hört sich lustig an. Mein, einen Lolli würde ich nehmen. Die Sushis sollen gut sein. Äh... Algenburger, bitte. Hört sich lustig an. Algenburger sind aus. Algenburger, Lollis, frische Sushis. Na gut, dann eben ein Lolli. Lollis sind auch aus. Tut mir echt leid, Junge. Sushis sind wohl auch aus, wie? Sushis habe ich jede Menge. Willst du einen? Klar, hab einen Mordschooldampf. Was denn in dem Zeug? Frisch. Na, Fisch natürlich. Warum sollten die Dinger sonst wohl Sushis heißen? Hey, Moment mal. Stellst merkwürdige Fragen, Böhrchen. Wohl neue, was? Mach doch nichts. Hab doch nur Hunger. Na, wenn du meinst, neue bräuchten nichts zu essen, dann tschüss. Mach doch nichts. Hab doch nur Hunger. Na okay, kannst du denn überhaupt zahlen? Hm, nö. Klar, hab doch 50 Mark. Mark, da kannst du mir ja gleich Glasperlen andrehen wollen. Also tut mir leid, Junge. Ich muss arbeiten. Algenburger, leckere Lollis, frische Sushis. Hm. Okay. Ja, es ist ein bisschen... Oh, Musik an. Effekte. Aus. Effekte Soundkarte. Soundkarte. Ja, es ist ein bisschen blöd, dass man... Ähm... Nicht mit der Tastatur steuern kann. Ähm... Krankenpflege. Also wir können einfach nur geradeaus gehen und dann kommen wir da schon an. Ach, das... Die T's sind Treppenhäuser. Verstehe. Mhm. Drohnenwerkstatt, Fitnessraum, Freizeitraum. Ja, okay. Ich meine, man kann natürlich auch theoretisch alles abgehen. Überwachung 2. Naja, wir gehen hier raus und zum Aufzug. Einfach nur in die Mitte laufen, oder? Hallo, Mike. Hast du gut geschlafen? Ich hatte so komische Träume. Naja, das ist normal bei der ersten Nacht in fremden Betten. Solche Träume haben meist eine zukunftsträchtige Bedeutung, aber... Oh, es ist ja nach 6 Uhr. Loretta sagte mir, ich solle dich daran erinnern, zu ihr in die LWS-Zentrale zu kommen. Fahr sofort hin. Loretta mag ich. Dann verärgere sie dich nicht. Äh, verärgere sie nicht. Denk daran, Sympathien sind wichtig, um etwas zu werden. Tschüss. Auf in die LWS-Zentrale. Ähm, dazu müsste ich aber erstmal wieder wissen, wo das war. Ähm... Hatte ich mir aufgeschrieben, oder? Ich meine, kann man hier auch nachgucken? Ja, gut, da ist natürlich schon toll, wenn man, äh, Scroll-Wheel hat, aber das gab's zu dem Zeitpunkt noch nicht. LWS-Zentrale. 34, grün. Aber die haben ja noch nicht offen, oder welch? Naja. Ja. Die ist die Service-Zentrale, geöffnet, 9 bis 18 Uhr. Hm. Ich bin eigentlich völlig satt, da muss ich gar nichts mehr essen. Na gut. Ähm, können wir vielleicht einfach nochmal Algenpressen gehen? War das bei 4? Das bei 4. Algenpressen. 4, grün. Da war ich ja auch im letzten Mal. Ich bin genauso hin und her gelaufen wie jetzt auch Scotty Green, da ist ja wieder unser Greenhorn. Willst du nochmal ran an die Briketts? Ich brauche Rocks. Leider ja. Ist doch mein Lieblingsjob. Stopp. Acht Stück. Eins. Wobei komm. Zwei. Drei. Blut. Zwei. Drei. Das ist nicht das anspruchsvollste. Und dann wird er uns wieder fragen, wie viel wir denn verdient haben. Das waren jetzt 8,8 oder? Da. Und er meinte, glaube ich, 5 für, äh, für kleine. Ne. Zwei für kleine und 5 für große. Glaub ich. Büt. 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 Und eins. Zwei. Drei. Donnerknispel. Hast du ja schließlich doch noch geschafft. 100.000 Höllenhunde. Das war eine prima Schicht, die du da eingelegt hast. Kunststück. Bei so einer einfachen Aufgabe. Dann wollen wir mal sehen, was du verdient hast. Also für die Großen gibt es einen Rockermann. Also je fünf Rocks und für die Kleinen je zwei. Das macht, na aber selbstverständlich 56. Du kannst ja auch noch rechnen, solche Leute kann ich immer gebrauchen. Also 56 Rocks brauche ich dir, buche ich dir auf die Karte stark. Richtig. Hier kannst du immer wieder vorbeikommen, wenn du keine Rocks hast und einen Job brauchst. Vielleicht habe ich aber später noch etwas anderes für dich. Äh, ne, lass mal gut sein. Mir reicht's erstmal. Na dann, ahoy Landratte. Du Landratte, kannst du übrigens einen neuen Jobsoße zwischen 6 und 12 Uhr zu mir in die Algenfischerei in Ebene 2 kommen? Na, können wir auch mal hin. Algenfischerei. Ah, du ist es, wie geht's? Ich fühl mich prima, du? Ich auch. Na dann, tschüss Mike. Pff, okay. Okay. Wir können ja mal gucken, was wir hier sonst noch haben und die anderen Sachen besuchen. Garage. Waren wir? Hydraulikwerkstatt. Vier Gelb. Mhm. Kontrollraum. Vier Rot. Und das ist auf der anderen. Okay. Das war hier. Kontrollraum. Armin. Na Mike, was ist los? Ganz schön neugierig, was? Ganz schön neugierig, was? Was soll denn sein? Das will ich ja gerade von dir wissen. Und wenn ich's dir nicht sagen will? Bitte präzisiere deine Frage. So wichtig ist es nicht. Ich rede manchmal einfach ohne viel nachzudenken. Ich dachte, es wäre wichtig. Naja, ich muss sowieso weiter. Ciao. Vielleicht solltest du in Zukunft etwas mehr nachdenken, bevor du verwirrende Fragen stellst. Take it easy. Ich muss sowieso weiter. Tschüss. Andy. Na Mike, was treibt dich denn hierher? Soll ich wieder gehen? Nur der gute alte Zufall. Okay. Ich schau mich noch mal so ein wenig um. Wahrlich, hier gibt es viel zu sehen. Was denn zum Beispiel? Ich dachte, du hättest dich schon umgesehen. Warst du denn noch nicht einmal in der Erlebniswelt? Ich bin noch kurz durchgelaufen. Na, so kurz kann das aber nicht gewesen sein. Oder hast du einiges ausgelassen? Okay, okay. Alles hab ich nicht gesehen. Man nennt mich auch Turbo Mike. Hm. Okay, das ist jetzt hier nicht so interessant. Kontrolle der Rechnersteuerung. Aber es kann auch sein, dass man später erst mit einem Job irgendwas machen kann. Was ist das? Steuerungsgerät. Prozesssteuerung. Da bin ich jetzt zufällig in die richtige Stelle gelaufen. Da haben wir aber genau gar nichts. Garage, Hydraulik, Werkstatt, Kontrollraum, Prozesssteuerung. Dann war ich ja jetzt hier, glaube ich, überall. Ähm, oder? Ne, ich glaube, da bin ich nicht gewesen. In der Hydraulikwerkstatt. Das wäre gelb. Dann haben wir hier alles durch. Hydraulikwerkstatt. Ähm. Alex. Kannst du mir das alles erklären? Sieht ein bisschen Star Trek mäßig aus. Ich weiß nicht, was du meinst. Bin ich Gott? What? Ich glaube, wir sind intellektuell nicht ganz auf dem selben Niveau. Dadieu. Äh. Das sind die Sympathien. Funktioniert ja gut. So ein paar Blumen verschönern doch direkt. Holographische Spielmaschine. Heißt du mal ein bisschen Kohle für mich? Für was zu essen? Fremden gebe ich grundsätzlich nichts. Klar, was brauchst du denn? Ich glaube kaum, dass du dir was zu essen kaufen willst. Klar, was brauchst du denn? Würdest du mir echt was geben? Finde ich super. Ähm. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Wichtelheimer von 0815, dem Kanal für den kleinen Mann. Spiele im Fernsehen. Spiele im Fernsehen. Ähm. Ja. Ich glaube, das sind nur... Ah. Der Sizilianer. Äh. Und wie geht's? Wie steht's, Mike? Es geht voran, würde ich sagen. Mensch, frag nicht. Ich trau... Äh. Trab auf der Stelle. Kann ich dir sogar nicht sagen. Ich glaube, ich muss zum Aufzug. Mensch, frag nicht. Ne? Es geht voran, würde ich sagen. Wie schön für dich. Bis dann. Tududu. Ja. Dann gehen wir mal zum Aufzug. So. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder... Ja, wir haben 12 Uhr. Das passt. Dann gehen wir hoch in die Zentrale. ...die ich wieder vergessen habe. Was war das? 25 oder so? Ne. Bum, 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 bum. FGA, IJ, KL. LBS-Zentrale. 34. Ich schreibe mir hier mal ein bisschen was auf. Ähm. LBS-Zentrale. Ähm. Ist auf 34. Okay. Und dann gehen wir mal da hoch. Und Algenpresse war in 4. Hier kann man zwar auch nachgucken. Aber wenn ich da öfter hin und her laufe, dann macht es wahrscheinlich Sinn, mir das einfach in Excel aufzuschreiben. Dann kann ich schneller suchen. Ich habe hier nebenher wieder den zweiten Rechner am Laufen. Und, äh, ja. Loretta. Hallo, Mike. Wie war die Nacht? Keine Ahnung. Ich habe dir geschlafen. Kennst du einen Traumdeuter? Tut mir leid, aber ich kenne keinen. Ich hörte allerdings einmal, dass Träume viel über die Zukunft sagen können. Äh, oh, wie interessant. Nun sollte ich dir allerdings noch ein paar Kleinigkeiten mit auf den Weg geben. Hast du denn schon einen neuen Job? Nö. Tja, die Algenpresse. Das ist doch kein richtiger Job. Der soll sowieso bald von einem Roboter gemacht werden. Nein, ich meine etwas Neues. Du solltest aber trotzdem noch Folgendes erfahren. Du weißt ja sicher schon, dass du ein paar Kriterien erfüllen musst, um auf der Karriereleiter aufzusteigen. Sympathisch und informiert sein ist wichtig. Aber das Geld und damit die Jobs ermöglichen es dir, eine Kaution für die nächste Wohnung zu sammeln. Die Kautionssumme für die nächste Wohnung ist 100 Rocks. Wie ist das System? Alles klar. Ich kümmere mich schon um die Kohle. Vergiss nicht, dass Geld alleine ja auch nicht alles bringt. Mhm. Aha, ein neues Gesicht. Willkommen im Rockefeller Tower. Ich bin Eusebia Kleefisch. Und dies ist die Jobvermittlung. Wie der Name schon sagt, kümmere ich mich darum, dass sie hier Arbeit finden. Ah ja. Hier am Tower werden eine Vielzahl von Jobs angeboten, die aber in Einzelfällen bestimmte Vorbildungen voraussetzen. Was für Arbeiten sie ausüben können, hängt also auch von ihren Vorkenntnissen ab. Davon habe ich reichlich. Daher möchte ich ihnen zunächst einige Fragen stellen, die sie ihnen im eigenen Interesse möglichst gewissenhaft beantworten sollten. Sind sie bereit? Na klar, bringen wir es hinter uns. Oh, sprechen sie Fremdsprachen? Yes. Englisch. Großartig. Ja, finde ich auch. Gut. Haben sie Hobbys? Briefmachen gesammeln. Videospiele. Adventure, Rollen oder Actionspiele? Seit kurzem bedeuten diese Maßstäbe nichts mehr für mich. Gell? Das haut ganz schön rein hier. Geben sie bitte anschließend noch ihren bevorzugten Berufswunsch ein. Äh. Aha. Was soll man da jetzt eingeben? Äh. Mache ich mal das, was ich damals, kann ich mich noch daran erinnern, bei der Kommunion, da mussten wir dem Pastor sagen, was wir später werden wollen. Und da habe ich ihm gesagt oder aufgeschrieben, dass ich Computerfreak werden will. Alles klar, jetzt wird unser Super-Kompi ihre Daten kurz verdauen. Und? Oh, tut mir leid, es ist gerade keine Stelle als Computerfreak frei. Oh, das ist aber schade. Ich habe ja etwas, das müsste ihnen liegen. Die Beschwerdestelle. Da kommt eigentlich keiner dran vorbei, aber da kann man allerhand Leute kennenlernen. Leute kennenlernen? Hört sich ja gar nicht so schlecht an. Wirklich nichts als Computerfreak? Ich fürchte nein, aber besser den Spatz in der Hand als die taube Nuss auf dem Dach. Melden Sie sich doch bitte bei Oleg Brodsky in der elften Ebene. Er wird Ihnen genau erklären, worum es geht. Elfte Ebene? Genau, die Beschwerdestelle. Ist im roten Sektor. Fragen Sie nach Oleg Brodsky. Okay. Beschwerdestelle. Können wir bei dem noch was machen? Können Sie einen Kredit aufnehmen? Wie kann ich Ihnen helfen? Wie ist mein Kontostand? Genau, 193 Rocks. Aha. Okay, was wird da sonst noch? Gibt es hier keinen Kredit? Auf keinen Fall. Rote Zahlen gibt es aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man keine Rocks mehr hat und sich keine Narbe mehr kaufen kann. Wobei, dann kommt man, wenn man umgefallen ist, dann steht man wieder auf und dann könnte man halt schnell zur Eigenpresse um ein bisschen was zu holen. Das geht schon. Wie ist mein Kontostand? Ja, okay. Da können wir also nichts machen. Was wir hier noch machen könnten, wir waren ja jetzt eigentlich in allem drei. Es gibt ja aber noch die andere Seite. Da könnten wir auch gerade noch hin. Dann hätten wir hier auch mal alles gesehen. Der ist allerdings nicht mit dem Rest angebunden. Das sind die Untouchables. 34 gelb. China. Er sagt, I want you. Warum nur? Untouchables. Colt O'Ganna Jetzt hast du es geschafft Ich glaube, ich werde seekrank Ich lege mich jetzt wohl besser hin Hey, da drüben, war das nicht ein Eiswerk? Nichts wie weg Ja, das ist halt nur Nur eine Kopie Der Raum füllt sich mit wohliger Wärme Das sind halt nur so random Dialoge, die Aber keine Relevanz haben Wir fahren jetzt zur Beschwerdestelle Mhm Und da ist auch das Entertainment Center So, die Beschwerdestelle Dann steigen wir hier mal aus Gucken wir mal, was hier so bei 11 noch ist Die Musik finde ich super Die hatte man ja auch beim Traum gehabt Dies ist das Möbelhaus Neue Öffnung Nächstes Frühjahr Hm Das ist Dies ist Dextras Lolli Shop Okay, das schreibe ich mir auch mal auf Dextras Lolli Shop Aha Hier liegen häufig Algen-Lollis Eine Mutter-Alge Sie war einmal sehr schön 19. Jahrhundert Eine Tür Da kann aber nicht durchgehen Okay Vielleicht ist da noch falsche Zeit Für Lollis kaufen Ach, Moment Was war das Ding? Hm Da kann man auf jeden Fall Also ich weiß nicht, ob das Das Gebäude ist Aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall Auch Lollis brennen Museum Rockfellows Ex-Frau in Gips Rockfellows und Urgroßvater in Öl Rockfellows Tante in Buntstift Die Jungfrau der Antike Eine Büste des Ludwig van Irgendwas Hier kann man sich aufhängen Das ist ja super War vor 150 Jahren Äh, vor 150 Jahren Gingen sie noch Die Tür zur technischen Abteilung Aha Äh, Benvenu Oder so Welcome Willkommen im Museum Der abstrusen technischen Antiquitäten Unsere ideenreichen Vorfahren Das haben sie aber schön gesagt Ich hörte, sie haben einen Job für mich Äh Das haben sie aber schön gesagt Vielen Dank für die Blumen, junger Mann Aber nun sind sie dran Ich muss meine Stimme scholen Dran ich? Womit? Hat Ihnen denn niemand erklärt, worum es hier geht? Nicht die Bohne Ich habe nicht den erlassesten Schimmer Eine Ahnung Das müssen wir aber ad hoc ändern, mein Vester Bevor die ersten Besucher kommen Also hier im Museum stellen wir die verschiedensten mechanischen Konstruktionen aus Und immer wieder gibt es Naseweise, die ganz genau wissen möchten, wie diese Maschinen funktionieren Und weil ein Museum ein Ort der Kontemplation und der Schulung des Geistes ist, beantworten wir diese Fragen natürlich gerne Sie sehen sich ganz einfach die Maschinen genau an und erkennen dann hoffentlich die Funktionsweise Wählen sie die richtige Umdrehungsrichtung beim Antriebsrad und die Maschine setzt sich in Bewegung Überlegen sie gut Die falsche Drehrichtung könnte die Maschine zerstören Also, Bonne Chance Da kommen die ersten Besucher Sollen die sich das doch selber erklären Also danke, nein, ich muss weiter Kein Problem, lassen sie sie kommen Was ist das denn? Das ist eine mechanische Konstruktion Links sehen sie ein interessantes Planetengetriebe Das ist ein Roulette Spiel für Daufe Nur das erste, wo die Musik fehlt Und was ist das rechts für ein Rad? Das ist das Antriebsrad Dreht sich das in die gleiche Richtung, wie das Innenrad des Planetengetriebes? Ah, okay Also wenn das erste mit dem Uhrzeigersinn geht Dann ist das ein Gegenden-Uhrzeigersinn Und damit wäre das wieder mit dem Uhrzeigersinn Und dann wäre das entsprechend wieder gegen den Uhrzeigersinn Das andere ist auch da drauf Das ist gegen den Uhrzeigersinn Na, scheiße, was habe ich jetzt am Anfang gesagt? Mit Gegen Mit Gegen Nö Mal sehen Na klar, Innen- und Antriebsrad drehen sich in die gleiche Richtung Hm, nein, die drehen sich in die entgegensetzte Richtung Können sie es nicht mal einschalten? Mal sehen Ich glaube Wow, es hat sich gedreht Ja, und ich hatte recht So ein Quatsch Null Bock auf so etwas Tschö Toller Hecht Echt Mhm Und was ist das für ein Monstrum? Das ist ein in die Jahre gekommenes Förderband Rechts oben befindet sich das Antriebsrad Ähm Soll das jetzt das Antriebsrad sein oder das? Ein Sessellift für Schlümpfe? Ähm Sagen wir mal Das wäre das Antriebs Ne, rechts oben Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof Sagen wir, das ist das Antriebsrad Und wie herum dreht sich dieses Rad? Das Band beförderte die Waren von rechts unten nach links oben Bedeutet das im Uhrzeigersinn oder gegen? Ah, okay Ja, gute Fragen Gegen den Uhrzeigersinn würde ich sagen Immer im Uhrzeigersinn Ist doch Logo Also ist das ja eigentlich alles irrelevant oder wie? Das müsste sich gegen drehen Damit das Da hoch fährt Gegen den Uhrzeigersinn würde ich sagen Anschalten, anschalten Ja, ja Ich mach ja schon Da sieh mal einer Guck Schau da Na, was hab ich gesagt? So war es richtig Super Museumsführer Wo steht die nächste Maschine? Wow Ist das ein Schwungrad? Nein Das ist eindeutig eine Bremsscheibe Genau so ist es Woran haben sie das erkannt? Das bringt Schwung in die Bude Wenn es erstmal von der Achse springt Genau so ist es Woran haben sie das erkannt? Mein geübtes Auge Und das links oben ist das Antriebsrad Ja Okay, dann wird das das sein Genau Und das dreht sich in die gleiche Richtung Wie das Schwungrad Ähm Wenn sich das mit dem Uhrzeigersinn dreht Dann dreht sich der gegen Uhrzeigersinn Und dadurch, dass das ja auch Übertragen ist Ist das auch gegen Uhrzeigersinn Das ist aber nun falsch Zeigen, zeigen Gut Na, was hab ich gesagt? Das Bockmiss erzählt Ich hab's gewusst Da hätte ich auch selber drauf kommen können Jetzt hab ich endgültig keine Lust Äh, da hätte ich auch selber drauf kommen können Hm Das Bockmiss erzählt Ich hab's gewusst Nehmen wir das hier Ja, ja Und was ist das? Sieht aus wie eine Wasserpumpe Mit mechanischem Antrieb Wenn der Pumpzylinder aufwärts bewegt wird Dann kommt das Wasser heraus Was? Ah, okay Wie sollen der nach oben bewegt werden? Äh Da ist ja kein Wenn das an der Seite wäre Dann würde das irgendwie mehr Sinn machen Und wo wird das angetrieben? Das Antriebsrad ist ganz rechts Da dreht sich normalerweise im Uhrzeigersinn Okay Das dreht sich im Uhrzeigersinn Das auch Dann muss sich das ja auch im Uhrzeigersinn drehen Dann dreht sich der entsprechend gegen im Uhrzeigersinn Und Danach muss der wieder mit im Uhrzeigersinn sein Aha, interessant Und dass Pumpenrad oder Ploll dran ist Dreht sich das in die gleiche Richtung? Hm Na klar Pump und Antriebsrad drehen sich in die gleiche Richtung Direkt mal ausprobieren Ja Da kommt ja Wasser raus Und wie man sehen konnte Hatte ich recht Beide Räder drehen sich in eine Richtung Toll So macht Technik Spaß Und was kommt jetzt? Mama mia Das sieht aber brutal aus Was ist denn das? Das ist eine Erziehungsapparatur Damit bekommen allzu neugierige Fragesteller Einen neuen Satz Plattfüße Das ist ein Hämmerwerk Damit konnten Schmiedearbeiten Auch von solchen Knirpsen wie dir erledigt werden Hier hängt der Hammer ab Wenn der Hammer abhängt Äh Nimm mal das hier Und wie funktioniert das? Siehst du das Kreuz auf dem Rad Neben dem Hammer? Ah, okay Wenn das von oben auf den Hammer Stiel drückt Wird der Hammer angehoben Dreht es sich weiter So fällt auch der Hammer nach unten Dann dreht sich das Antriebsrad Wohl im Uhrzeigersinn Damit das funktioniert Ja Das Ey super Bald brauchen die mich hier nicht mehr Schalt mal ein In Ordnung Stark Ich hatte recht Das hatten Haben wir beide gewusst Jau Echt stark Okay Ich hoffe mal Dass das jetzt das Letzte ist Langsam wird es ein bisschen Nervig Hey Was ist denn das? War das mal ein Flugzeug? Nein Das kaufen sonst nur Leute Die gerne viel Wind machen Bingo Woher weißt du? Habe ich am Propeller erkannt Und das links unten Ist der Motor Nicht wahr? Richtig Und wenn sich der Propeller Dann im Uhrzeigersinn drehen muss Um hier Wind rüber zu blasen Wie herum dreht sich dann der Motor Von hier aus gesehen? Wenn jetzt die Schrift nicht da war Da wäre dann Sag du es mir Na gegen Ja muss ich raten Von links gesehen Im Uhrzeigersinn Schalt lieber erstmal die Maschine ein Na gut Aha Alles klar Gleiches Autogrammstunde Ich bin einfach gut Hier riecht es plötzlich so komisch Du hast 200 Rocks verdient Okay Hm Dum 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 Naja Das war jetzt jedenfalls Nicht so der Hit Ähm Was ist das? Music Shop Blüm Darauf hat lange Keiner mehr gespielt Temperaturregler Eine Tür Kann man auch nicht durchgehen 20. Jahrhundert Gigantisches Kristall Aus dem Bergwerk Ein Oscar Mhm Dum dum Das ist der Flower Shop Die sieht essbar aus Aber man weiß ja nie Da geht es ins Gangsystem Aha Interessant Rastas Flower Shop Eine exotische Pflanze Oh Eine sehr seltene Peridora Sativa Wie riesig Ein Lagerraum Flower Shop Tom's Game World Aha Rock Invaders Echt space Echt spacey Spacy Aha Aber ohne Soundeffekte Ich glaube da werde ich Brutal Ja man kann einfach Ich bin mit dir Aha Fängt das jetzt immer schneller an Fangen die immer tiefer an Ist natürlich ohne Musik Jetzt auch nicht so der Hit Das ist die Wie versuche ich mir Wohne Die Säge Wie versuche ich mir Wie versuche ich mir Hier ist Wie versuche ich mir Was für Ich versuche ich mir Limm immer noch. Hmm. Bäm. Ja, wenn das jetzt ewig so weitergeht, dann ist auch ein bisschen blöd. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das mit jedem Mal schwerer wird. Das kommt mir fast nicht so vor. Vielleicht werde ich auch einfach gleichzeitig immer besser. Da muss man schon rechtzeitig sehen. Sich hinbegeben. Ouch. Get ready. Ja, kann ich das auch irgendwie aufhören? Ach, da rechts unten sind meine Leben. Ja, ja. Tötet mich. Drei Leben. Game over. Rockman mit der Tastatur spielen. Aha. Get ready. Okay. Das muss aber jetzt auch nicht sein. Ey, man. Es ist ja super, dass das hier ist, aber jetzt muss ich meine drei Leben verbraten. Das, was er so geht. Okay. Nummer eins. Nummer zwei. Und weg. Game over. Okay. Dann haben wir hier also Pac-Man. Dann haben wir... Ah, hi, Freak. Bist wohl auch nie her gewesen, was? Hi, Game Master. Was gibt's hier denn Neues? Für Anfänger gibt's hier im Club erstmal so ziemlich gar nichts. Muss erstmal beweisen, ob du überhaupt was drauf hast. So ein Mist, man. Ich muss jetzt aber unbedingt einen... einen Gamern. Na dann spiel den Müller schön alleine. Was kann ich denn tun, um in den CCC aufgenommen zu werden? Chaos Computer Club. Oh, eine Chance sollst du bekommen. Am Automaten in der Mitte kannst du dich mal versuchen. Wenn du Logical durchspielst, wird dir der User-Antrag für den Club zugeschickt. Ist übrigens unser Oldie hier am Laden. Nur fünf Level. Die haben es aber in sich. Wie ist es? Willst du mal testen? Aber Logo. Wie geht das Spiel denn? Ist voll Puppe. Um ein Level zu schaffen, musst du die Kugeln, die oben rumkugeln, durch Geschicklichkeit so in die Kreise befördern, dass alle Kreise mindestens einmal explodiert sind. Die Kreise explodieren, wenn alle vier Felder mit Kugeln derselben Farbe gefüllt sind. Die Kreise kannst du mit der rechten Taste deiner Steuereinheit drehen. Klickst du mit der rechten Taste auf eine Kugel in einem Kreisloch, läuft diese Kugel los zum nächsten Kreis. Natürlich nur bei einer Verbindung dazwischen. Ich sage dir aber, du wirst noch deine Freude mit den Teleportern, Einrichtungspfeilen, Ampeln und Mustern haben. Mehr Infos gibt es nicht. Keine Frage, kein Problem. Lass mich ran an die Kiste. Logical. Bei Rainbow Arts. Ja, das ist... Daher kenne ich das auch. Make it your score. Pink and Pink. Null. Okay, auf geht's. Fünf Level. Zack. Die rechten Ausdaste drehen. Das soll man auf die Seite bringen. Okay, dann machen wir hier die grünen rein. Oder wir machen... Zack. Da, den gelben rein. Moment. Ach, die werden da alle violett. Das ist ja dann easy. Dann kann man hier ja das komplett alles mit violetten einfach machen. Dann ist das ja mehr so eine Frage der Zeit. Et gets... ...bam. Bäm. 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 Da hätten sie ruhig noch Musik anmachen können. Das ist halt ein bisschen lahm. Das ist schon mal ein bisschen sehr fies. Naja, okay. Na, wie war ich? Korrekt, der Userantrag ist genehmigt. Juhu, ich bin im Club. Du bist echt okay. Ich glaube, wir beide sollten uns mal öfter treffen. Für Leute wie dich habe ich immer was parat. Du kannst zu mir in die Schattenspilo in Ebene 27 kommen. Da gibt es sogar einige Rocks für... Okay, Ebene 27. Schattenspilo. Dann mache ich hier aber auch erstmal wieder einen Schnitt kurz und dann geht es gleich weiter. Oder auch nicht. Da ist mir schwindelig geworden. Da hätte ich wohl schlafen müssen. Oder essen. Oh, dieses Mal hat es uns aber schwer erwischt. Das kostet. Was soll ich denn dagegen machen? Haha. Das kommt auch nur davon, dass bei unserem Klima hier tägliches Essen und Schlafen absolut notwendig ist. Ja, und wo komme ich das Futter her? Na, jetzt erzählen sie mir nicht. Sie hätten noch keinen Snack-Automaten gesehen. Außerdem ist Wendy's Lerdex-Dras eigentlich immer gut bestückt. Jetzt aber raus hier. Es gibt noch wichtige Operationen heute. Die 200 Rocks buche ich ihnen sofort ab. Oh Gott. Okay. Jetzt sind wir jedenfalls wieder zu Hause. Nee, sind wir nicht. Oder? Krankenstation. Puh. Kontostanz. Okay. Haben wir auf jeden Fall was. Dann holen wir uns jetzt noch einen Algenburger. Hm. Jetzt bin ich so richtig gut satt. Naja. Hauptsache das eine Spiel geschafft. Und, äh, naja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir dadurch ja andere Missionen. So, ähm. Dann mache ich hier aber kurz einen Schnitt. Wenn der nicht auftaucht. Okay.